Zufallsbekanntschaft Roman von Ralf H. Gelesen von Ralf H. Kapitel 14 Die Party war ein Fehler gewesen. Roland schaltete den Computer aus. Er setzte sich auf sein Bett, war auf einen Blick zu Mona, die im Käfig ein Nickerchen machte. Gestern Abend war die Lösung des Programmierproblems so nahe gewesen. Er hatte sie praktisch schon vor Augen gesehen und jetzt weg. Alles weg. Er war um Tage zurückgefallen und das nur, weil er die braun-grünen Augen einer Frau nicht mehr aus seinem Kopf bekam, zugegeben. Einen Tag konnte er schon zurückfallen. Das war zwar ärgerlich, aber eigentlich kein Problem. Morgen würde seine Formkrise überwunden sein. Dann würde die kleine Frau nur noch eine weit entfernte, relativ unwichtige Erinnerung sein. Also alles bis morgen aufschieben und versuchen, an etwas anderes zu denken. An alles, nur nicht an braun-grüne Augen, nicht an edel geschwungene Lippen und auch nicht an das entzückende Näschen. An alles, nur nicht darin. Was für einen Näs. Dabei hieß sie nicht mal Gliopatra.